cool lohnt sich das bei einer spiderman zu machen finden auf meinem geldbeutel hallo wenn wir auch so in das haus reingekommen nee ich glaube es nicht so dann sprechen wir mal kurz und gehen schlafen bis zum nächsten morgen schlafen ja und er steht immer noch wenn du fisch ist okay ich habe genügend eigene sorgen okay ja was gibt stuhl ruhe er hat an sich nix sollte man gucken hier prädestiniert dafür aus da geht es nicht dass mich wieder rumklettern kann ne du gehst jetzt da spongy dann zieh dich halt da hoch kur ok ich habe das schwierige verprogrammieren müssen mit jedem scheiß rechnen spieler irgendwie machen könnt ja sauber abgewollt nice auf das dach will ich auch noch klären da gibt es noch eine zweite etage aha wartet mal ich speicher lieber ach das ist das haus vom dings ja jetzt ok jetzt nicht ich speichere trotzdem nochmal gibt's was darf ich hier reingucken du dreckiger dieb heißt wohl nein und nochmal von vorn ok Ja. Shit. Ja. Ei, ei, ei. Kompliziert. Wie sieht es mit dem Schrank aus? Darf ich da auch ran? Ah, da war ich schon. Okay. Da war ich auch schon. Okay. Gibt es was Wichtiges? Nee, gerade nicht. Ich will nur noch kurz ein paar Kisten überprüfen, merke ich gerade. Einmal das Gleiche. Und nochmal von vorne. Okay. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei. So, jetzt waren wir noch 50 Gold. Ein Fell. Gibt es keine Kiste? Ich steige ein und so, oh geil, guck mal zwei Etagen. Loy. Wenn man von nichts in der Ahnung hat, Buggi, echt? Von nichts in der Ahnung. Buchständer haben wir, da gibt es ja noch... Kann man die jetzt auch knacken? Ach, da waren wir schon. Okay. Nein, es läuft doch. Ich dachte schon, wir könnten das Geheimnis sein und alles. Naja, das war damals was. Auch so ein Kackbuhn waren beim Schlösserknacken. So. Du hast mein Vieh geschlachtet. Hau ab! Ich wusste, wir sehen uns wieder. Dich kriege ich, du Schwein! Hä? 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 Das sind unsere Tiere, du Mistkerl! Äh? Wir haben uns gar nicht gesehen. Immer schön Gold sammeln. Ah, die haben uns doch gar nicht gesehen. Du hast mein Vieh geschlachtet. Hau ab! Okay, das rasch jetzt ja nett aus. Man sieht sich. Hä? Ah, vielleicht, weil die anderen uns gesehen haben. Mir ist jetzt nicht nachreden. Du hast mein Vieh getötet. Verschwinde! Du hast mein Vieh gemacht, dass du wegkommst. Du hast mein Vieh geschlachtet. Du hast mein Vieh getötet. Verschwinde! Andere abkassieren. Geht aber nochmal. Na, okay. Äh, haben wir jetzt verkackt? Ich weiß, wie wir bei den Ghoulen vorbeikommen. Wir machen zu einer Nautilus. Viel Glück! Wissen wird's bald. Äh, Items. Luka-Anfestung. Momentan eine Teleportation. Und wechseln wir mal. Hm, das ist mein Vieh geschlachtet. Verschwinde! Wie haben wir die sonst killen sollen, die Kuh? Ich glaube, es war ein Fehler, als die uns gesehen haben. Das ist scheiße. Ja, ich weiß, wir können theoretisch runterspringen, aber tut weh. Ich denke, wir müssen als Nautilus da reingehen. Wir kommen doch gar nicht mal anders drumherum. Okay. Hey, hast du mal ein Joint für mich? Das ist doch scheiße. Das heißt, ich erinnere uns bei der Jacke an, der Wischendorfer, die Drecksack. Fuck. Ich hab die Quest versaut. Hm. Dann müssen wir zur Osthöhle. Ist ein gutes Stück bis dahin. Leider. Geht aber schneller, wie wenn wir jetzt, äh, zu Fuß gelaufen wären von der Hafenstadt aus. Ah, für scheiße. Da ist mein Vieh getötet. Verschwinde. Tö, 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 tö. Ich warte es nicht. Trust me. Vor allem, klar, als ob die uns sehen, dass das mal die Kuh abschlachte. Das 20 Kilometer entfernen. Never. Wenn ich für Berter irgendein Gift finden könne. Das Alter irgendwie verstopft Ich glaube, das ist die Brücke, oder? Nee, da lang nicht Voll weit weg Bisschen Gründen, jetzt haben wir da irgendwo links Eigentlich, klar, ja, aber Abzöcker zumindest Fucking Weg gehen Eigentlich, immer von der Ah, doch, gut, ne, von da Wird das besser gewesen aus Hä, lol, wie er hängen bleibt Ich kann mal nicht abbauen? Schade Ich auch nicht Wir können da aber mal eins schauen, kurz Um mir doch eventuell nicht irgendwie außenrum kommen Ohne durch die Hülle gehen zu müssen Zumindest eine Brücke Ich will da drunter springen, das tut fein weh, das weiß ich jetzt schon Den können wir auch nicht mitnehmen Dann schauen wir mal, dass wir da gleich links runter kommen Ah, cool Cool Äh, ich will nicht kämpfen Wann gegen die Viecher? Verpisst euch? Wenig von euch Bros Ich hab's doch schon bestimmt mit eure halbe Sibbe ausgerottet Waren wir überhaupt schon? Weil, mir kommt das jetzt nicht bekannt vor Dö, 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 dö Hey, jump Oh Jump Einmal BD, Zugriff, Zugriff Okay Okay, okay Du willst Ja, genau Komm doch mal her und schlag auf den Licht So, mein Freund Der Pappmaschine ist ein Krieger So Und ich block noch Wozu block ich überhaupt? Warum werfst du eigentlich mit Fischen die ganze Zeit? Hab ich einfach blockt? Ui, der fliegt aber einen Kilometer Hau doch zu, Freundnase Du kommst jetzt doch schon mal her, du Pappmaschee-Krieger So Du überhol sie jetzt mal Ein paar Steaks Du tanzen doch Steppe Ah, Werkzeugbeutel Funde Ach, da ist noch einer So Ah, da ist Ah, trinkt da Wasser Wenn man zu schnell klickt, würde Was willst du denn do jetzt? Keinst mal hier rein Das ist auch nichts Das ist auch nichts Außer die Kiste Oh, die ist sogar offen Krass Jetzt machen wir dich noch Den da oben haben wir Nee, haben wir nicht So, erst mal ein paar Stücke Fleisch Ich muss mal das Beichern Das Tue, da kann man es hinsetzen Wenn ich nicht Weil mein Plan ist eigentlich jetzt da Die Höhle zum Geh Irgendwie Ich hoffe, das klappt Wir müssen halt eine Brücke Wir könnten da hinkommen Ja, müssen wir mal gucken Hier unten ist ein See Vielleicht lässt sich von da aus Irgendwas arrangieren Und da müsste jetzt irgendwo gleich Nach dem Mr. Wolf kommen Bisschen halb ausgewongert Aber Wartet mal Nee, da ist noch ein bisschen Murmelt Hier am Start Gehen wir die Drecksviecher, die Kleine Nee, das war nix Aber das war was So Ein Grab Ein Grab Das meine Namen trägt Jahre übersteht So Fleisch, Fleisch Manapilz Manapilz Hey Mr. Wolf Komm zu meiner Party Ich stelle dir meine Freunde vor So Er fässt halt schon hart rein 400 bessere Rüstung, halt riechst ja nix Kann sich's craften Das ist ja scheiße Was wir für den Doncher als getan haben Du Echt übel So Vielleicht kann man da über eine andere Brücke Irgendwie da hinzuziehen So Oh Skelette Ach man Kann man ja irgendwas Wollen wir schneller werden Ja, ist okay Scheiß doch drauf Ohne Rüstung wird das nix, Mann Das ist doch Bullshit Ich kämpfe mal da jetzt an der Arsch Und ich sag's euch Gar keinen Bock drauf Ich denke mal da jetzt ein bisschen vorwärtskommen Kommt doch hin Ja, Matsch Wow Verkauf mir mal bessere Rüstung, mein Freund Warte Gebt wir uns das dreckig Ach Wird witzig Wir sind ja eh hier in der Gantbrücke Das haben wir doch keine Chance Aber sonst Zauberspruch mäßig noch was Ah, das wär was Tipp speichern Kommen wir eh alle jetzt Schnell noch was essen Vorher Und los geht die wilde Fahrt Falls wir noch was machen kriegen Weil man den Gantz komplett zerstört So, nächster BD So, kommen sie BD Kommen sie ran Au, der hat doch nix mehr Danke Kommen sie Ab Ich warte immer Ein Ticker zu Fröh So, Skelettfeger Sie sind dran Kommen sie her Kommen sie her Wir haben hier alles Freie Haus Komm sie Kommen sie Kommen sie Kommen sie Kommen sie Kommen sie ran Jetzt ging auch besser wie erwartet mit noch ein schwert wenn ich alles verticken rampf oder ein paar vielleicht gibt es hier keine bösen überraschungen mehr